Nebel des Krieges genannt, bezeichnet den Umstand, dass kriegswichtige Informationen aufgrund verschiedener Umstände immer eine gewisse Unsicherheit und Unvollständigkeit aufweisen. In geografischer Hinsicht würde dies zum Beispiel bedeuten, dass ein Gebiet im Gegensatz zu einem unentdeckten Gebiet aus geografischem Aspekt zwar kartografiert oder beschrieben ist. Weitere meist für das Militär wichtige Informationen jedoch fehlen Militär. Der Begriff des Nebels des Krieges taucht erstmals bei Karl von Clausewitz auf. In seinem Buch vom Kriege beschrieb er die strategische Notwendigkeit, Entscheidungen unter Zeitdruck mit unvollständigen Informationen nach bestem Wissen und Gewissen zu treffen. Computerspiele Der Nebel des Krieges ist ein Konzept in Computerspielen, hauptsächlich Taktik- und Strategiespielen. Im Computerspieler Jago bedeutet es, dass Elemente bereits erkundeter Gebiete der Karte im Nachhinein wieder teilweise unsichtbar werden, wenn diese Gebiete nicht mehr in den Sichtbereich der eigenen Einheiten und Gebäude fallen. Bewegliche oder leicht veränderbare Elemente, wie beispielsweise gegnerische Einheiten, sind im Nebel normalerweise unsichtbar. Wo hingegen feststehende Elemente, wie das Gelände und oft auch Gebäude, trotz des Nebels sichtbar bleiben. Das Konzept wurde schon sehr früh in Strategiespielen implementiert, hat sich seitdem aber stark verbessert und erweitert. So wurden bei den ersten Spielen Geschehnisse in den nicht beobachteten Gebieten einfach ausgeblendet. Heute werden sich Kegel und Schattierungen verwendet, um den Nebel darzustellen. Das Konzept wurde in einem Computerspiel erstmals in Appier von 1977 umgesetzt.